Tag, servus, mon und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Lange ist es her seit dem letzten Video, aber Corona und einige Corona haben dazu geführt, dass ich nicht vorproduzieren konnte und dadurch bin ich im Verzug geraten. Es sollte weniger kommen, aber jetzt geht es so langsam wieder los. Mehr die Tage in einem Haul-Video. Aber jetzt schauen wir uns an, was ich dabei habe und zwar vom Kader des Kitties Grocery aus dieser Japan. Es ist keine offizielle Line, steht zumindest nirgendwo was drauf, aber gehört zu diesen Japan-Häusern, wo die ersten drei von XS Sandbox waren. T66015 ist die Nummer, in dem Fall ohne W dahinter. Das wurde bei Amazon bestellt und ist mit Figur. Mit W dahinter ist es die World-Version, da ist dann keine Figur drin und angeblich auch etwas andere Steine, wie man es auch immer rausfindet. 921 Teile haben wir, Plus-LED ist erschienen im Oktober 2023, kostet ungefähr 55 Euro. Vor Weihnachten habe ich es bei Amazon mit Packung für 44 geschossen. Das sind 6 Cent je Teil und schauen wir es uns an. Wir kriegen, wie immer bei diesen Häusern, wenn man es mit Schachtel bestellt, in Deutschland oder Europa, in dieser wunderschönen Schachtel, die wirklich schön sind, in dem Fall, wie gesagt, die Version mit Figur. Und die sind einfach sehr wertig, die machen Spaß, die schauen immer gleich aus, haben unterschiedliche Farben. Wir haben hier einen partialen UV-Lack, der sehr schön ist. Und innen haben wir noch eine Service-Card von Kada. Und was wir auch bekommen, ist eine Anleitung, die es leider nicht als PDF gibt, aber die keine Probleme offen lässt. Was hier schon rausspitzt sind, zwei große Stickerbögen, das ist sehr schade. Einen, den Koi-Karpfen habe ich mir gespart aufzukleben. Ich zeige gleich, wo er hingehört, weil der geht über ganz viele Teile. Das ist irgendwie schade, dass bei dieser Reihe Kada da nicht auf Druck gesetzt. Es bleibt ein bisschen was übrig, ein bisschen Kleingedöns. Und was ich euch nicht groß zeige, da sie hier nicht erhältlich ist und böse ist, es ist eine Minifigur dabei. Und der wunderbare Kada-Teile-Trenner, mit dem ich tatsächlich nicht so klarkomme, gerne mal unten reinschreiben, wie es euch damit geht. Ich finde die Rückseite viel zu dick, um irgendwas damit anzufangen und ihn eigentlich zu wuchtig. Gerne mal eure Meinung unten. Dann haben wir ein Haus, das wie immer mit UV-Beleuchtung ist. Und da fällt schon was ab, fängt schon gut an im neuen Jahr. So, ich zeige euch das mal kurz von näher. Indem ich hier mal durchschalte, seht ihr, dass das Erdgeschoss beleuchtet ist. In unterschiedlichen Modis, bis man dann immer den findet, der auch einfach brennt. Dauert es etwas. Es sind immer so achtmal drücken ungefähr. Dann haben wir diese Beleuchtung. Und alles, was ihr seht, sind Aufkleber. Schauen wir es uns an. Ich habe es jetzt abgesteckt. Hier ist der USB mit dem Stecker. Wir haben hier vorne eine wunderschöne Fassade mit ganz, ganz vielen Drucken. Vor dem Kitty Store ist einiges los. Hier haben wir einen Problemfall. Dieses Schild sollte hier eigentlich dazwischen klemmen. Das ist leider ein Totalausfall. Man kann es so reinlegen und dann hält es auch. Aber ich nehme es jetzt gleich mal raus. Denn ihr kennt mich, fällt es sonst eh raus. Jetzt gucken wir mal von außen ein schöner Kirschbaum oder ähnliches. Kirschblütenfest in Japan. Hier oben haben wir einen Teebereich. Den zeige ich euch gleich noch genauer. Hier hinten schön aufgeräumt. Klimaanlagen. Solche Sachen machen sie ja sehr gern bei der Reihe. Scheint sehr typisch zu sein für Japan. Und hinten auch super aufgeräumt. So, jetzt gab es irgendwo eine Klappe, die man öffnen kann. Die ist hier und dann kann man hier reingucken und sieht, dass jede Menge los ist. Ich schaue gleich mal noch, ob man es in einer anderen Kamera besser sieht. Leider schwer zu zeigen. Aber da drin ist einiges los. Ein Aufkleber auf dem Boden. Auch der ist nicht gefließt. Eine Schublade, die sich verabschiedet mit einem Netbook innen drin. Hier ist eine Schublade, ist einfach jetzt gerade rausgefallen. Da ist eine Fliese mit Aufkleber drin. Das Kabel ließ sich bei dem Haus hier relativ leicht verlegen, da es nur im Erdgeschoss ist. Und ist immer schön, auch wenn es nicht modular ist, kann man zumindest hier die Tür aufmachen. Was wir hier oben haben, ist eine Markise, die man auf und zuschieben kann. Und man kann den kompletten Innenbereich nach draußen ziehen und sieht dann, dass dort ein Teebereich ist. Oder man gemütlich einen Tee trinken kann auf dem Boden, wie man das so kennt in Japan. Und wenn man das wieder reinschiebt, dann ist drunter der Koi-Karpfen-Teich über das komplette Ding hier gehört eigentlich dieser Aufkleber, den ich mir gespart habe. Ansonsten kann man hier hinten aufklappen und sieht nichts außer die Markise. Und das war im Prinzip schon mal der Rundblick. Jetzt gucke ich mal, was hier hinten noch. Hier hinten haben wir noch eine Klappe, wo dann auch Elektronik rauskommt. Oder eine Klimaanlage oder so. So, genau. Jetzt schaue ich mal schnell, ob man auf der anderen Cam da besser reinschauen kann. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Vielleicht, wenn ich noch beleuchte. Moment. Kann nur gleich auseinanderfallen. Ein Modi finden, in dem ihr nicht Epilepsie bekommt. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das ist wirklich schön vollgestopft mit vielen Details, aber eigentlich auch viel zu vielen Aufklebern. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Kassenbereich, überall Kätzchen. Lüchter, die da durch die Gegend gehen. Genau, so ist das. Und von oben, wie gesagt, diesen Bereich kann man rausziehen. Wir haben dann hier, so, kommt schwer hin, diesen T-Bereich. Und da fällt das Dach. Wäre ja gelacht gewesen, wenn nicht irgendwas abfällt. Wie finde ich es? Ich finde es von dem Bautechnik und Design wieder schön. Die Häuser passen gut zueinander. Die machen Spaß zu bauen. Ich fand die ersten drei allgemein einfach noch einen Tick besser, wie es Ex-A-Sandbox gemacht hat. Angeblich arbeiten sie noch mit ihm zusammen, aber an anderen Dingen. Wird sich zeigen, was da kommt. Der Totalausfall dieses einen Steins ist wie immer schade. Die Klemmkraft der Steine ist okay. Passt. Keine großen Ausfälle. Aber bei Jungen auch keine großartigen Probleme. Das mit der Klappe finde ich wie immer schön. Die Unmengen im Sticker finde ich sehr, sehr schade. Da, wenn es mir aus 5 Euro teurer wäre und Druck gewährt, dann wäre das schon eine echte Bereicherung. Schade finde ich bei Kader, dass sie bei dir allein immer die PDFs nicht zur Verfügung stellen. Baue einfach lieber am PDF. Und was allgemein ich das Gefühl habe, ich habe mich auch mit Models drüber unterhalten, der die auch baut. Es ist schwer, diese Häuser zu kombinieren. Entweder das hat Kader da irgendwie verpasst, dass man wirklich eine Möglichkeit hat, entweder noch Zwischenelemente oder so zu haben, um diese Häuschen zu einer Straße zu bilden. Denn sie, hier geht es jetzt einigermaßen. Aber man kann sie nicht einfach wirklich so Modul an Modul stellen, was sehr schade ist. Denn das würde eine tolle Street View im Japan Style ergeben. Hier hinten stehen nochmal zwei und ein dritter steht da oben. Und hat Spaß gemacht und kann man für den Preis jeder, der Häuschen baut, hat Spaß dran. Gerne eure Meinung, wie wer von den neuen zwei gebaut hat, wie ihr sie zu den ersten dreien findet. Würde mich sehr interessieren, ob es so eine persönliche Sache ist oder wirklich auch andere Leute so sehen. Das war der Donnergurgler für heute mit dem ersten Video 2024. Lasst es euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.